Bonsoir, guten Abend und bienvenue zu Ihren Nachrichten mit diesen Themen. Jeder für sich statt gemeinsam europaweit beschließen die Regierungen angesichts der Omikron-Variante unterschiedliche Maßnahmen. Spaniens neue Prostitutionspolitik, die linkssozialistische Regierung, bringt ein Gesetz auf den Weg, um Prostitution abzuschaffen, das sorgt für Streit. Und Premiere im Weltall. Zum ersten Mal fliegt eine Sonde durch die obere Atmosphäre der Sonne. Die NASA erfüllt sich damit einen Traum. Schon wieder schrillen die Alarmglocken. Die WHO warnt zu Vorsicht an Weihnachten. Delta und auch Omikron seien zwei hochgradig übertragbare Varianten des Coronavirus. Heißt, feiern, wenn möglich, im kleinen Kreis und vorher am besten testen. Unterdessen handeln einige Länder auf eigene Faust, auch wenn es um Einreiseregeln geht. Anschaudert Varin über den Kampf gegen hohe Inzidenzen. Die Corona-Pandemie ist auch Top-Thema beim EU-Gipfel in Brüssel. Alle machen sich über die Inhalte mit unserem Brüssel-Korrespondenten Lionel Julien. Guten Abend. Müssen wir angesichts der Pandemielage wieder mit geschlossenen Grenzen rechnen? Das andere große Thema dieses Gipfels sind die verhärteten Franken zwischen der EU, Ukraine und eben Russland. Welche Antwort schwebt den Staats- und Regierungschefin vor, um die Lage am Ende zu entschärfen? Vielen Dank, Lionel. Live vom EU-Gipfel in Brüssel. Zu einem anderen Thema, das den Europäern Kopfzerbrechen bereitet. Die steigenden Lebenshaltungskosten. Inflation hört sich erst mal abstrakt an, aber machen wir es mal ganz konkret. Ah ja, etwa sind bei uns im Vergleich zum letzten November satte 14,7 Prozent teurer. Oder Butter, die kostet 12,3 Prozent mehr. Unter Druck setzt das nicht nur VerbraucherInnen, sondern auch die Notenbank. Die EZB hat am Mittag nun eine Entscheidung in der Geldpolitik getroffen. Manuel Don Tass sagt uns mehr dazu. Morgen wird weltweit ein Thema zur Sprache kommen, das sonst meist unter ferner Liefen behandelt wird. Der 17. Dezember ist internationaler Tag gegen Gewalt an SexarbeiterInnen. In der großen Mehrzahl sind es Frauen, die unter Ausbeutung leiden. Aber es geht auch um die Stigmatisierung jener, die diesen Beruf freiwillig wählen. Wie der Staat mit dem Thema Prostitution umgeht, ist unterschiedlich. Annika will über die Gesetzeslage in Frankreich und Deutschland. Den richtigen Umgang mit Prostitution scheint es nicht zu geben. In Spanien wird gerade ein neues Gesetz diskutiert. Die linkssozialistische Regierung unter Premier Sanchez will die Prostitution langfristig abschaffen. Bisher ist es weder verboten noch erlaubt, sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Tatsache ist, Prostitution bringt jeden Tag 5 Millionen Euro ein, so die spanische Justiz. Wie das Gesetzesvorhaben ankommt, dazu unsere Reporterin Marie Bolinchez. Eine ausführliche Reportage zu dem Gesetzesvorhaben in Spanien finden Sie auf arte.tv slash kreatur. Sie gehört zu einem ganzen Dossier, das einen feministischen Blick auf Prostitution und Sexarbeit wirft. Nicht nur wir JournalistInnen gucken genau hin, wenn die Organisation Reporter ohne Grenzen ihren jährlichen Bericht vorlegt. Denn die Zahlen darin zeigen, wie es weltweit um das Grundrecht Meinungsfreiheit steht. Deutschland etwa ist im Ranking von Platz 11 auf Platz 13 gefallen. Was sonst noch drinsteht, dazu Beate Fischer. Noch nie ist ein Raumschiff der Sonne näher gekommen als die Parker Solar Probe der US-Raumfahrtbehörde. Die Begeisterung bei der NASA war dementsprechend groß, von einem Meilenstein war die Rede. Bis 2025 wird die Sonde unsere Sonne weiter untersuchen. Die ForscherInnen hoffen dann besser zu verstehen, wie Sterne funktionieren. Und nicht nur das, vielleicht helfen uns die Erkenntnisse dabei, zukünftig genauere Wettervorhersagen zu machen. Mehr über diese Mission der NASA erzählt uns Jessica Hans. Den Nachthimmel für Events mit Lichttechnik erleuchten oder Bühnenshows das ganz besondere Design verleihen. Elton John, U2, Lady Gaga und viele andere Stars wandten sich dafür an Mark Fischer. Der britische Entertainment-Architekt gehörte zu den besten und innovativsten Zeichnern seines Fachs. Als er 2013 verstarb, hinterließ er zahlreiche Entwürfe. Zu sehen sind diese jetzt im Museum für Architekturzeichnungen. Romy Sidor nimmt uns mit auf einen Gang durch die Ausstellung. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Bei RE direkt im Anschluss geht es darum, wie Arbeitslose am besten zurück in den Job finden. Eine Reportage über deutsche und österreichische Projekte, die mit vielversprechenden Ideen arbeiten. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Abend und sage bis bald. Morgen steht dann an dieser Stelle Anja Waltereit. Très très belle soirée et à bientôt. Und das wird so viel zu Ende. Untertitelung. BR 2018